Weil das wäre auf jeden Fall, Digga, maximal teuer gewesen. Aber ich würde sagen, wir labern nicht lang drumherum. Macht schon mal bereit. Ihr seht schon, hier wird heute Teams gezockt, weil Nico der Meinung war, da können wir mehr Kills machen. Das lassen wir mal so stehen. Mal gucken, ob ich überhaupt gegen einen Gegner schaffe. Aber ja, Leute, die Regeln sind ganz normal. Wir zocken ganz normal mit allem, was dazugehört. Battle Royale mit allen Waffen, alles drum und dran. Und einfach am Ende schauen wir dann, wie viele Kills wir gemeinsam hatten. Und dann werde ich auch noch in die Dönerbude gehen und das auch noch alles filmen, Leute. Aber hoffentlich machen wir jetzt in der Runde nur so zwei, drei Kills oder so. Aufentspannt, Digga. Ich glaubst du auch selber nicht. Nee, glaub ich auch nicht. Junge, Einführungsrunde haben wir gerade gemacht und wir hatten 24 Kills. Wenn wir nur die Hälfte jetzt schaffen, einfach zwölf Döner, Junge, wohin damit? Ich werde jetzt noch meine ganze Familie verteilen. Meine Omi kriegt ein, meine Oma kriegt ein. Jeder. Jeder, außer mein Dad und außer Blaze, Digga. So ein Ding, so ein Ding wird das. Okay, Leute, da würde ich sagen, jetzt wird es ernst, wo gehen wir hin? Lazy Lake. Boah, Digga, das ist direkt am Anfang. Da werden tausend Leute landen. Das ist es. Das ist es, ganz genau. Wir spielen, by the way, ihr habt es eben schon in der Anmode gesehen, wir spielen Teams. Digga, ich werde jetzt so verkacken auf Realtalk, ne? So, in Duorunden hätte ich sogar echt noch stabile Chancen, ein paar Kills zu machen. Aber ich allein zum Beispiel gegen zwei, drei Leute, niemals kollega. Okay, Leute, by the way, nicht wundern, der Fortnite-Sound ist ein bisschen lauter. Weil wir heute, äh, oder ich heute ein bisschen rein-sweaten muss, deswegen muss ich auch die Steps und sowas hören. Aber egal, weiter geht's. Oh, Jagdgewehr, Digga. Schon mal lecker. Ich glaube, genau bei uns landen auf jeden Fall Leute. Komm her, komm her. Ja, warte. Ich spiele Conqueror's Blade, ein MMO, bei dem man eine riesige, mittelalterliche Welt erobern kann. Okay, wir probieren jetzt erst First-Shot-Jagdgewehr und dann mit der Farmers. Ich höre sie. Oh, cool, das ist nicht der Fall. Oh, lol. Ein AP, ein AP. Ganz gespannt. Nice. Hier, ganz die Farmers. Uff, Digga, blaues, geil. Ähm, boah, fuck, okay, ich brauche ein bisschen Munition. Hast du den Gegner irgendwo gesehen? Da ist einer in der Ecke. Der steht da einfach. Für den Fertiger Endschuss. Okay. Nochmal Wild. Komm, Bruder, Peak, unten. Ja. Ja, wie konnte der nicht sitzen? Komm. Ach, okay. Lass ihn pushen, oder? Ja, was zu rushen? Ich habe nicht mal Mets, um mich da hochzubauen, Bruder. Ich trinke Biggie, warte, warte, warte. Ja, mach du. Okay, jetzt komme ich. Nope. Nope. Ja. Nope. Nein, nein, nein. Was war das? Ey. Ganz anderer Fail. Weißt du, wo die sind? Ja, ich glaube, noch bei mir. Ja, hier bei mir. Ja. Ja, Bruder. Aber er findet mich da nicht. Noch einer? Ja, er findet mich, Liga. Du kleine 31er. Soll ich weggehen, oder? Nein, nein, ich hole dich hin. Wie viel? 13 Kills hast du jetzt schon? Ich kann doch nicht in den Dönerbude gehen und 13 Döner bestellen. Wie soll ich das machen, Junge? Alter, da fräcke ich einmal so früh. Digga, auch nicht cool. Er ript die einfach alle alleine. Bist auch scheißegal, oder? Alles gut, was du brauchst. Danke. Oh, Leute, was geht ab? Wieder back in game. Kümmer den Lootjob in der Zeit. Geh erst mal hinten looten. Oh, Gegner, Gegner. Nein, das sind die Bots, oder? Ne, das sind Gegner, das sind Gegner bei dir. Kannst du jetzt zum Fight gehen? Lass einfach mit ein bisschen. Ich habe einen Jump, jetzt. Ich möchte nicht ein. Komm. Entweder wir haben Eier oder... Oder wir haben gar nichts. Ich komme, ich komme, ich komme. Aber ein Heli ist ja auch noch, Digga. Vorsichtig, ich werfe da Granaten hin. Bis zum geht nicht mehr. Hab einen. Oh, sorry, Digga. Ich habe Schmutter gebaut. Was liegt hier? Ich hätte einen komischen... Hätte ich mich hier weckt. Ich hätte einen Granaten werfen, Scheiß. Digga, ich bin so ein Bot, Alter. Ganz unten, zwei Leute. Ja, Digga, kann man nichts machen. Oh, der Typ hat 14 Kills. Ach, Geid. Shit, Digga. Ja, ich höre es, ne? Von hinten, von hinten. Unten lagen Wiggis. Ah, du hast noch? Ich habe noch einen. Ey, auf, korrekt. Ich könnte dir stundenlang zugucken, ne? Ich finde das so krass, wie heftig du spielst, Digga. Sorry. Entschuldigung, Digga. Ja. Ja. Niko, ich schwöre dir. Was ist falsch mit dir? Tja, der playt halt richtig. Alter, der playt halt richtig. Hat der Pussy. Oh, Puder. Schade Kriegst du mich noch geholt? Oh, da ist einer Soll ich den holen, Digga, damit ich mehr Kills mache Nein Hol mich lieber Hey, ich hab null Kills, Junge, ich hab null Kills Meine Zuschauer, denke ich, war der übelste Motto, okay, der geht wahrscheinlich auch so, aber Oh, oh Third Party Digga, Niko, ich schwöre dir, ist gut langsam, denk dran, ich muss Döner kaufen, ich schwöre es Digga Junge, was haust du denn für Hits rein? Ey, Mann, ich sehe die Gegner nicht mal, du machst den Turn-On und der ist down Digga, ich kann gar nicht reden, so, kennt ihr das, Leute, wenn man einfach nur zuguckt und so erstaunt ist? Alter Das ist der von eben, ne? Ja Uff 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 Echt? Echt? Junge, diese Hits, ne? Oh Jo Und der war einfach One-Shot Okay, der eine ist down Oh, Mann Oh, Mann Oh, ist das wies Ja, das ist ja deine Rechnung Ja, das ist ja deine Rechnung 24 Kills hast du gerade alleine Niko Ey, der hat eine Reboote, ne? Nein, nicht noch mehr Ja Was? Drei Mal darf dir raten, wer jetzt gleich stirbt Nicht Niko Ich hab den, glaub ich, schon viermal gekillt jetzt Was? Digga Niko, fack mich bitte nicht ab Ich schwör's dir Chill mal 26 Hallo, wer dich vielleicht mal wiederbelebt Ich bin mal wie Der hat doch gerade wieder Ich kann nicht Der ist gerade Achso, du kannst doch nicht Oh Aber ich bin mal wie free jetzt Der jetzt könnte schwer werden Klar Gehittet Warum auch nicht Ich kann nicht 30 Döner holen Es geht nicht, Digga Es ist ein Ding, der unten Unmöglichkeit Digga Bitte kill ihn, bitte kill ihn, bitte kill ihn, bitte kill ihn, bitte Shit Ich Höh Na Digga, Flex war's Wie viel Kills hast du? Äh 29 Ich auch Perfekt mit da raus, ne? 7000 Damage gemacht, Digga Erlittener Schaden 255 Treffer 3 Schaden an Gebäuden 1,5 Das ist ein Anfang, ne? Schaden an Spielern 68 It's lit Das war First Strike Das war First Strike Wir haben eben eine Runde getestet Und da dachte ich schon Das war, Digga, das hat 24 Kills Ich dachte mir, okay, da kommen wir nie im Leben dran Und jetzt haben wir 30 Kills Was heißt wir? Du, Junge Wohin damit? Weißt du, jeder normale YouTuber Was heißt normal? Aber jeder Fake-Youtuber wird jetzt sagen, Digga, lass mal noch ne Runde machen Aber 30 Döner Boah Ich zieh durch, Digga 20 normal mit Kalb Und Knoblauch Alle mit allem, oder? Äh Alle mit allem Und äh 10 dann mit Hähnchen Und Cocktailsauce 10 dann mit Hähnchen Cocktailsauce Die anderen auch Kalkfleisch? Äh Die anderen 20 Kalkfleisch Tatsächlich alles ganz vorbei Wir haben jetzt die Döner bekommen Und an jeden, der denkt das wäre Fake Das sind alles Döner Ihr seht hier ist mit Kalkfleisch Hier ist Hähnchen Das sind insgesamt 30 Stück Da unten geht's noch weiter Digga Noch nie in meinem Leben So viele Döner bestellt Grüße gehen auf jeden Fall auch raus An das Orient Pizza-Kebab-Hausse Die hier hinten im Mende Jeder der das kennt Beste Dönergut überhaupt Das hier jetzt einfach Digga, ich bestell einfach 30 Döner Und eben das einfach ohne Probleme Ich glaub wir haben nicht mal eine halbe Stunde gewartet, oder? Digga, das ging so schnell Und ja, Leute Die werden jetzt erstmal eingeladen Na Kofferraum auf, Digga So im Ding Wir haben sogar auf Ehre noch Getränke mitbekommen, Leute Und einfach diese Box Junge Junge, einfach 30 Döner, ne? Ich komm nicht Ey, der Kopfraum geht nicht zu Ich glaub man muss weiter nach hinten Geh, warte, geht weg, weg, weg Ich probier Geht es, geht es, geht es, geht es, geht es Ja man, ist drin Leute, ich kann die natürlich nicht alle alleine essen Deswegen bringen wir die jetzt noch an Freunde und Familie Ich glaub die freuen sich alle übertrieben Ich hab das jetzt einfach einen Döner auf meinen Nacken bekommen, Leute Bis zuerst doch Aber ja, 30 Döner, Junge Ich komm nicht auf mein Leben klar Aber also Lasset euch schmecken, ne? Ciao, ciao So Leute, die nächsten 4 Döner gehen jetzt an meine Tante So Dann noch Hähnchen Döner für meine Omi Hi Omi Hi mein Schatz Na Hallo Na, alles klar Ich hab noch einen Döner für dich Ja, dankeschön Bitteschön Und für den Papa Ich hab noch genug Sicher Hast du selber gemacht? Ne, wir haben 30 Stück bestellt Hast du noch einen? Ja, wenn so, dann kann ich schnell Ja, dann hol ich noch einen schnell Warte Zwei 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 Aufnahmen, aber andere Geschichte, Digga. Meine Kameras, egal, die Kamera ist gerade ausgegangen, Leute. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Danke, dass ihr dabei wart und haut rein und peace. Hi, welcome to my next video. Entschuldigung, Alter. Ich bin für dich da. Das hat mein Bruder mir gesagt. So, Leute, was soll ich gerade noch gucken? Irgendwas soll ich noch gucken gerade. Ja, Leute, Level 250 einfach hier. Oh, mein Gott. Ich glaub nicht. Ich hab so gedacht, da werde ich niemals reinkommen, diese Season. Boah, fast 150 Wins. Oh, mein Gott. Leute, was geht ab? Irgendwann am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Videoaufnahme. Was auch sonst hier auf meinem Kanal, Leute. Heute zusammen mit Schmocki was geht ab. BANGIARNA! Zusammen mit selber, Leute, was geht? Ich kenne das auch. Frank Ribery, Baguette, Theriori, Italiano. Das war rassistisch. Na, Leute, wir werden heute auf jeden Fall mal eine Runde Fortnite spielen, deswegen macht's schon mal alle bereit. Mit der Besonderheit, dass ich, und ich frag mich, Digga, warum nehm ich das auf? Ist das schon wieder so dumm? Pro Kill, den wir machen im Team, also jetzt egal, ob ich das mache oder Schmocki oder Savile, pro Kill muss ich eine Pizza bestellen. Ja! Ey, ey, bitte. Bitte spielt einfach heute mal so richtig scheiße aus, Savile. Du kannst normal spielen. Digga, ich hab so Angst, hier am Ende mit 30 Pizze rauszugehen. Warum mach ich das? 30 Pizzas. Das Ding ist, weil ich mir ne Wette verloren und ich muss das machen und hab da absolut gar keinen Bock drauf, Digga. Ähm, also, falls ihr noch mit mir befreundet bleiben möchtet, Schmocki, fuck mich nicht, ich hab mit diesem Scheiß-Emote, Digga. Falls ihr noch mit mir weiterhin Kontakt pflegen möchtet, würde ich euch empfehlen, keine Kills zu tätigen. Haben wir uns verstanden, Jungs? Ach so einfach geht das? Ach so geht es, dass man Kontakt haben kann. Ja, dann. Hey, nein, mach da bitte echt allein Skunk, Digga. Skunk, ihr seid alle, alle drei sind krank. Ja, aber Skunk und Schmocki sind tausendmal besser als ich, also, wie sie. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich war's. Ja, das ist dein Jörg, ja. Lass uns mal die 10 Kills jetzt erreichen, die drehen wir weiterer. Wohin, da wo Action ist, oder? Wohin? Also, für die meisten Kills müssen wir Friendsy. Friendsy. Müssten wir zusammen landen? Nö, ne? Ich kann doch einfach vorher irgendwo anders sterben. Hey, nee, du kommst mit uns mit. Hey, ich hab Bug, ich hab Bug. Oh, schade. Schade. Ich hab Bug. Ich hab Flix. Dengo ein Bug, er ist mit Tate, er ist mit Tate, Dengo ein Bug. Oh Mann, Alter. So wird auch zu. Ich hab echt einen Bug. Was hast du denn für einen Bug? Ich kann nicht weh drücken, ich glaub meinst du... Masha'Allah, schade. Einmal kurz ducken. Es geht echt, Leute, es geht echt wieder Dankeschmache. Ich denke jetzt, Leute, ich hab ohne Scheiß... Ich hab gar keinen Bock, das hier gerade aufzunehmen, aber null. Ich werd wahrscheinlich einfach arm werden. Oh, hier ist einer. Ich hab richtig Bock. Skunk, ich hab eine Waffe. Und das ist ein Gehsch. Ich hab eine Pistole. Hier sind drei Gegner. Warte, 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 warte. Warum hab ich den gekillt, warum? Jawohl. Easy Pizza. Eine ist schon da. Komm, eine Pizza. Auf easy, da ist die Pizza, Digga. Ich hab Hunger. Ich muss mir heute was essen. Ich hab auch einen, es geht ja hier. Ja! Ich komm trotzdem runter. Ey, der ist schon down? Ja, nochmal zwei Pizzen. Wie, zwei? Hey, ihr habt noch einen Kill. Schönen Tag mal. Drei Pizzen schon? Yes. Junge! Ey, ich schwör, warte zu. Ey, Jungs, wir müssen echt langsam machen. Ohne Flax. Leute, drüben war noch einer bei N. Dann lass den da drüben bei N bleiben, Digga. Nein, ich will den Killen halt. Nein, Digga. Der hat keine schöne Zeit, lass ihn doch einfach mal. Egal. Machen wir so eine Horrorzeit. Ja, okay. Da war er. Da war er, Leute. Ja, 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 der ist da. Das macht keinen Sinn, aber ich muss halt normal spielen, das ist das Problem. Oh, hat der blaue Flax hier. Äh, ja. Nice, Digga. Saville läuft gerade allein zum Gegner. Ey, lass ihn mal liegen, bitte. Der ist hier, der ist hier. Hast du liegen gelassen? Komm, Saville. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bin nicht dumm. Ja, ja, Digga, ja. Komm, Saville. Oh mein Gott, bin nicht dumm. Der Leli. Haken ist 50. It's white. Hab ihn. Nice. Aber er ist noch nicht down. Ey, die Leute müssen immer gefinisht sein, ne? Ja. Ja, ist okay, ist gone. Alles gut. Ey, warte mal, ey. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Ich support nicht. Einfach hinrushen, komm, hoffentlich werden wir. Nein, 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 ich hab das kein Leben mehr. Leute, nein. Oh, oben. Nein. Hinter uns, oder? Oh mein Gott. Vor uns, bei 30. Hast du den Konflogen zu Schuss? Er ist unten. Oh, ein Vierer, Hintig, ab geht's. Ab hier, ab hier, ab hier. Wir sind abgestorben, sorry. Nein. Ich muss mich konzieren. No, ein Kranauten. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Ich hab nicht so viele Mets. Oh, Norden, Norden, Norden. Hat ein 30er. Oh mein Gott. Ich balle an mir ein Mini. Ey, er ist wohnet, er ist wohnet, er ist wohnet, er ist wohnet. Unter dir, Schmuck. Fabin. Überleb' ihn, beleb' ihn. Nein, nicht mehr werfen. Ich überleb' hier gar nichts, Digga. Ich belebe ihn, ich belebe. Ich hab keinen Bock, hier 10 Pizzen zu... Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal neben der Aufnahme. Wir dürfen nicht übertreiben. Über uns, Rucks. Warte, ich picken. Ey, der ist ja übel low. Und tschüss. Herz, vielen Dank. Der wird noch sehen, was er davon hat. Ich bin bei dir, Lukas. Spinachy, komm, hole mich. Warte kurz, ja. Ey, Mann! Sex. Sex, Leute. Junge! Ey, ich mach einen Anruf bei der Pizzeria. Einen einzigen. Wenn die denken, es fällt, dann egal. Das war alles. Digga, das ist ja schon wieder so übertrieben, Alter. Schon sechs Pizzen. Wer soll die alle essen? Du, komm vorbei. Sieben Pizzen. Ich hab vier Kills. Du hast vier? Ich hab vier Kills. Hey, warte, ich hab einen. Ich hab's. Also, es ist gesammt, ich hab null. Ja, das war klar. Ja. Wie viel hast du kommt? Zwei. Und du hast, Lukas? Ein. Ja, passt doch. Wie viel hast du? Ich hab vier. Digga, da steht aber sechs bei mir. Ich kann nicht screenshot machen. Ich will am Ende von euch allen Screenshots, ne? Ihr müsst ihr mir dann schicken in WhatsApp. Na gut, dann nehm ich auf. Ey, Junge. Also nicht nur Screenshots am Ende von den Kills. Ja, du musst da eigentlich kurz vorne, ne? Wir rennen gerade irgendwie absolut wundersinn. Also, ich auf jeden Fall. Ich schuze mir hier noch einen in den Chest. Hören wir auch, wenn du bei der Pizzeria anrufst, eigentlich so in der Aufnahme, oder? Ja. Ja, okay, geil, 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 geil. Dann denkst du safe fake, Digga. Wobei, Sexpizzen gehen noch, ne? Norris? Ja, was heißt geht? Jetzt ist okay, so. Aber ich hab keinen Bock, so voll viel Geld auszugeben, weißt du? Lass aufhören. Ja? Ey, ich küsse eure Augen. Sollen wir einfach rausgehen? Nein. Was für jedes, Digga? Ich mach jetzt noch ein Zwanziger. Junge! Es hat Spaß gemacht. Willkommen in der Vorbereitung. Jetzt noch eine schöne Zwanziger. Oh. Ey, da muss ich wahrscheinlich... Warum nimmst du das so spät auf? Das ist eigentlich gut für dich, weil jetzt ein Schwitzer eigentlich so macht. Ne, die Kinder schlafen. He. Ja. Ja, okay, dann ist eigentlich sogar besser, Digga. Und wieder passen weiter. Ist doch so. Okay, wir müssen jetzt erstmal in die Zone, die zerreffen auch weit weg und einfach schlafen. Jungs, in der Nacht ist viel schlimmer als am Mittag. Ist doch so. Ey, schmock, schmock, schmock. Ja. Mit Job. Ich renne einfach, mir scheißegal, wenn ich sterbe, Digga, dann bin ich tot. So. Ich bin der Schnuppel. Ach, komm, komm mal her. Pizza, Pasta, Dankeschön. Gut. So, Leute, paar Metz holen. Ich werde das Video auch wieder versuchen, nicht so krass viel zu schneiden, Leute. Damit ihr nicht denkt, das ist irgendwie fake oder so im Scheiß. Oder das wir mehr rund ineinander cutten, aber das ist eh schwarz. Man sieht es ja. Ja, das sieht man nicht. Gib noch mehr Geld aus. Digga. Ey, wenn es an mir geht, gar nichts. Ich brauche keine Pizza, Junge. Ey. Oh, Digga, P90. Werde ich aber nicht einsetzen, weil die... Digga, du musst aber auch alle Pizzen, die du dir bestellst, essen. Ja, wenn du... Sorry. Alle, die ich stelle mir vor, 20 Pizzen. Hä? Dann schreibe ich in die Kommentare Essensverschwendung. Ey, hör, ich schwöre fein, dass... Ey, du bist so ein 31er. Alle, du bist so ein 31er, Digga. Das Problem ist... Was hast du? Blauer M4. Ja, brauche ich nicht. Oh, oh, oh. Bitte, bitte. Lukas. Was? Bitte, bitte gönn mir 250 Steine. Bitte. Bitte, Bruder, bitte. Junge, ich habe keinen Bock, dass du besser warfst, dann machst du mehr Kills. Wir müssen mal weiter pushen und nicht so viel chillen. Ey, doch, lass doch mal kurz hier. Kling 130 Leute. Wir wollen Kills machen, nichts gewinnen. Ich habe keinen Sturm, Alter. 100. 100 Steine. Auf, auf, auf. Du, Saville? Ich habe 496. Ich habe auch nur 6 Shotgunschuss, Digga. Schade ist es. Blöd. Ich halte auch schon mit der Sniper. Digga, danke, Saville. Oskar, kannst du mir deinen Stein leihen? Oder hast du wenig Metz? Hey, Tommy, Gegner. Gegner bei mir. Ich hatte das Ziel bei mir. Nice, ich komme. Schmocki ist alleine, ja. Die sind gut, die sind gut. Sorry, Schmocki. Ey, von da ganz hinten kommt auch noch einer. Oh, ich hab glasert. Mein Gott. Oh, oh. Ganzes Team ist hier als Wort. Übrigens, Freunde, ich schau doch unbedingt bei meinem Partner Hype Skins vorbei. Dort könnt ihr richtig seltene Accounts kaufen. Oh, der Mann. Okay, einer hat einen 20-Händen mitbekommen. Äh, ja, genau, Digga. Ich hab halt, ich hab halt, ich hab halt. Oh, Leute, ich muss nachher jetzt unbedingt schlafen gehen. Es geht nicht mehr so weiter. Ich bin so müde. Oh, Bruder. Bin ich froh, wenn ich da bei Bank anhabe. Einer kommt hinter euch, einer kommt hinter euch. Der ist vielleicht tot. Es war mir zwei. Ab ihn. Noch einer. Ab beide. Hör doch auf! Hey, leck mich am Arsch. Hier ist noch einer down und hier bin ich. Warum call ich das, Digga? Hey, bei mir, Jungs. Das ist one head. Sehr Dank. Oh, man, das ist one head in mir. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. Das hier, bitte. No, Metz. Ja, ja, noch. Ah, nee, ist nur einer. Trotzdem bin ich down. Hier lebt doch noch einer. Hier lebt noch einer. Der ist aber gedowned. Halt. Ich bin direkt unter euch. Ich bin tot. Ich weiß nicht. Digga. Bei mir steht oben neun Kills. Das ist korrekt. Topf. Er ist uns gleich. Komm, 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 komm. 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 Ja, hinter mir noch sind überall bei uns. Ja, RIP, Digga. Ja, Digga hinter mir noch. Oh, Gott sei Dank, Alter. Digga, Junge. Nice. Wir waren im Sandwich, Digga. So ne scheiße, Junge. Wir waren so im Sandwich, schon ey. Lächerlich. Schöpfen ist so ein Dreck. Ich hasse die auch über alles. Ja, ich wollte die Sterbein, vor ohne Witz. Schöpfen, ich glaube an dich. Reicht schon. Links, links! Ey, wir hatten echt Left-Spielen. Scheint! Boah, Leute. Direkt vor dir! Da ist einer, vor dir links! Oh, Schuss. Digga, was?! Junge, aber dieses Shotgun ist so ein Dreck, ne? Wie viele Kills hattet ihr? Zwei. Ich hatte, glaub ich, ungelogen sieben oder acht. Guck unten, Match-Statistik. Wo, wo, wo? Ich hatte auch nur einen Kill. Match-Statistik, ich hatte sieben. Ich hatte zwei, ein, acht, neun, zehn Pips, Digga. No! Ey, Digga, wären wir nicht im Scheiß-Sandwich, Mann. Hey. Digga, das ist trotzdem viel! Nimm das... Oh, oh. Tschü dich, Alter. Guten Tag. Ähm, ja, du möchtest... Ich würd gern was bestellen zum Liefern. Äh, ja, und was denn? Äh, ne Pizza Hawaii. Mhm. Und zwar, ähm, zehnmal. Äh, wie bitte? Zehnmal. Zehnmal? Ja. Okay. Ja. Und das war's? Ja, genau, das war's. Nur, nur zehn. Und, äh, wo? Ähm, das geht einmal... Mhm. Genau. Das wär's dann. Also, zehnmal eine Pizza Hawaii. Ja. Okay. Tschüss. Ja, aber wie lange dauert das? Ähm, muss ich mal kurz fragen. Wie lange dauert das zehn Pizza Hawaii? Was? Wie lange dauert das zehn Pizza Hawaii? Zehn, zwei, ja. Hallo? Hallo? Ja? Ja, äh, ich hab zehn Pitzen bestellt. Wollte fragen, wie lange das ungefähr dauern würde? Kommst du nach Polo, dann musst du mal bringen. Äh, bringen, wenn's geht? Ja, ungefähr halbe Stunde. Ja, runter. Okay, alles klar, perfekt. Ja. Ja, alles klar, danke. Bitte, tschö. Tschö. Lukas ist richtig social awkward, Digga. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Typ, Digga. Äh, zehn. Digga, so geil, dass sie den anderen geholt hat, Digga. Digga, das Lustigste war, dass Lukas... Erstmal Skunk, das war ein Typ. Der erste war doch der alte. Nein, das war ein Typ, Junge. Wie konnte man das nicht hören? Digga, Lukas hat sich extra gemutet, um seine Adresse zu halten. Und dann hat sie gesagt, also... Ja, Digga, dann hat er das wiederholt. Ey. Aber, nee, das war nicht meine Adresse, Digga. War drei. Ja, so rein, Skunk. Skunk lief, bevor du auch drum fachst. Korrekt, Luke. Digga, Jungs, was soll ich jetzt mit zehn Pitzen machen, ne? Digga, fünf davon musst du essen. Und bitte aufnehmen. Und dann in so einem Zeitraffer. Ja. Ich esse keine fünf Pizzen, ich kotze hier alles aus. Lukas. Ja, zehn Pizzen. Geht's schon. Wir nehmen die jetzt mal an und dann... Ja, Leute, wir sehen uns. Ich mach keinen Zeitraffer, wie ich alles esse, Digga. Ich will Fernsehgucken und so dabei, aber... Das wäre ultra lustig. Egal, weiter geht's mit dem Video und jetzt schon mal... Ihr könnt schon mal tschüss sagen, weil ihr werdet nie wieder auf meinem Kanal zu sehen sein. Ja, das reicht du, Schmocki, Digga. Ja, ja, genau. Bis gleich, tschüss. So, Leute, für alle dachten jetzt, ich bestell die nicht wirklich. Zehn Pizzen, ihr könnt selber nachzählen jetzt. Warte, komm mal mit. So, und jetzt auch. Also, ich würde zehn wieder Leute geben. Komm, komm. Komm, 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 komm. Ich zeig dir jetzt jede Pizza. Eins. Zwei. Drei. Drei. Komm her, ich zeig dir. Vier. Fünf. Oh, ich warte. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Zwei. Zwei. Neun. Junge, zehnmal. Zehn und dann... Leute, nur Pizza herbei. Wir hätten doch irgendwas anderes nehmen können. Jetzt habe ich nur Pizza herbei genommen. Aber egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne noch nach oben da. Und ja, lasst noch nach oben da, wenn ihr gerne Pizza esst. Gebt es Bescheid. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao. Chillisch. Jo, Leute. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel. Heute wird es jedoch absolut verhindert. Denn wir werden heute mal pro Kill einen Burger bestellen, Leute. Wir haben das Ganze ja schon mal gemacht mit Pizzen. Und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, zehn Pizzen bestellt. Und heute mit Mördern. Und heute mit Burgern, Leute. Und einfach noch besseren Spielern als letztes Mal. No-Hater, die letztes Mal dabei waren. Kurs geht raus. Aber, Leute. Heute haben wir mit am Start. Und jetzt geht es hier richtig los, Digga. Einmal der Nico. Was geht's? Moin. Moin. Dann der liebe Memo. Ihr kennt ihn noch aus den Standard-Skill-Pranks. Und, und, und. Was geht's? Jo, was geht, Mann. Und zu guter Letzt der einzig wahre OG. Schmocky. Jo, was geht, Mann. Hallo. Ja, Schmocky hat sich im Gegensatz zu uns heute seriös gekleidet. Weil der hier absolut heute alles komplett destroyen will, Leute. Mhm. Und, ja, ich würde sagen, wir labern hier nicht lang drum herum. Wir drücken jetzt alle ready. Erste Runde. Mit Gejubst, Digga. Und, äh, ich hoffe einfach, ich werde hier heute nicht arm. So, Leute. Bevor wir einmal mit dem Video starten, will ich euch noch ganz kurz das neue Gaming... Ja, die Währung können wir überskippen. Gott, dass da alle landen. Denkst du, da landen viele bei Lazy? Normalerweise, ja. Ich hoffe, ich hoffe. Aber... Ich bin für dich da. Das hat mein Bruder mir gesagt. Die Währung haben wir überskippen können, Leute. Seit gestern ist es diesen zwei, seit alles anders jetzt, ne? Okay, Leute. Ihr seht auch, by the way, noch die Sicht von Nico. Ähm, da seht ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei mir. Grüße gehen raus. Ähm, und ja, jetzt ganz kurz vor der Runde schon mal eure Prediction. Wie viele Kids ballert ihr? Wie viele Kids ballern wir gemeinsam? Jetzt kommen zwei Teams, Jungs. Äh... Nur zwei Teams? Ich bleibe bei 25, wie ich gerade schon gesagt habe. Nur zwei Teams, Junge? Wenn die weg sind, habe ich schon acht Bürger, die ich kaufen muss. Oder zwei Teams ist aber wenig. Oh, stimmt, Digga. Sorry. Null. Oh, genau. Bei Nico ist einer gelandet. Genau. So, ich bin auch gelandet. Über mir, Gegner. Das hau uns viel zu leise. Oh mein Gott, über mir ist ein Team. Ich bin direkt beim Team. GG. Digga, ich habe nur eine graue Pistol, Boys. Rechtester Start ever. Übrigens, ich werde gejagt von dem Squad. Ja. Wo bist du denn? Äh, hier. Renn raus, ich hab dein Bag, ich hab dein Bag. Renn raus. Ja. Was? Und da liegen Minis da oben drauf. Also ich weiß nicht, wie du die taken kannst. Und da wissen aber auch welche drin, Jungs, ne? Ich hab die Minis, aber ich bin grad absolut los. Aber ich war jetzt nur eins. Wir haben noch keinen Kill. Er wirft die Granaten auf mich. Ich werde von zwei Seiten gelasert. So anlackt wie es war. Oh, oh, oh. Habt ihr? Habt ihr? Habt ihr? Habt ihr? Was? Okay, einer down. Oh. Von hinten? Ja. Und von der anderen Seite kommen auch nochmal Team. Egal. Ich und Editing. Oh. Da oben, da oben, da oben. Bei mir. Er pumpt gar nicht. Ich bin low as fuck. Ich komm. Ich hehm mich. Er hielt dich auch. Keine Mets mehr. Los. Bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Oh shit, Digga. Die Passagen hier? Nee. Oder nein? Oh! Ich hab'n Kill. Nein, ich darf keine Kills machen. Ja, Bruder, Bruder. Ey, Mann. Pass auf, hier ist irgendwo einer. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Ich will mich hier nur halten. Ich bete mich, ich bete mich. Hier drinnen. Es ist voll low. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nooo. Nooo. Wie viele Kills habt ihr schon? Es kommen noch welche. Oh ja, von draußen. Drei Stück, zwei Stück, zwei Stück. Hab'n? Noch einer? Er zwei? Er zwei? Er zwei? Schmocky, über uns. Schmocky, über uns. Ja, er dropped gleich. Komm, geht's hin, Junge. Granate, Granate. Bei mir. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Der ist White. Komm, Papi. Der ist White. Nein, komm, Papi. Den habt ihr, den habt ihr ihm. Kommt her, Jungs, schnell. Schmocky, den hat er schwer. Schmocky, den hat er schwer. Ich komm, ich komm. Über uns. Er trink Mini, er trink Mini. Ich bin safe. Ja, okay. Er hat aber nur einen Mini getrunken. Warum mache ich überhaupt Kills, Junge? Sieben Kills schon? Papp. Halt doch, Small. Hast du Papp? Sieben Kills? Ich bin safe. Ja, wir haben alle bekommen aus einem. Das passt. Digga, was? Wann hatten wir grad sieben Kills? Also, ich hab zwei. Ich hab drei. Ich hab nur einen. Einen nur. Moin, Digga. Ey, auf korrekt, bitte. Vielleicht nicht übertreiben, Junge. Ist ja nicht ein Lagerfeuer. Mog, willst du mich nicht mit dem Boot abholen? Okay, es geben noch 20 Gegner. Das muss aber nicht schlecht sein. Ich laufe schon mal Richtung Agency. Weil es kann sein, dass jetzt alle quasi sich jetzt nicht mehr treffen. Wisst du, was ich meine? Und dann können wir alle holen. Und einer würde mich brudeln, der guckt. Ja, Schmocki, wir wollen grad einsteigen, Junge. Oh, wow. Halte, halte. Du hast einen Lootjob gejuckt. Meinst du, du gehst zum Lootjob hier? Hm. Digga, ich hab so scheiße Kuppen. Das ist geil. Ja, ich hab euch auch scheiße gehört. Ey, Junge, warum mach ich zwei Kills? Wie blöd muss man sein? Ey. Hey. Nice, Digga. Ah, ja, perfekt. Super. Ja. Alles. Lull. Hä? Ja, Schmocki, du sollst auf jeden Fall Kapitän sein. Kuda, ich hab' Zero Shield. Dabei! Da oben ist einer, da oben ist einer. Ja, ja, die sind ja. Die sind ja, die sind ja. Die sind ja. Die sind ja. Die sind ja. Ey, geht doch nicht zur Mittelinsel. Anders gefährlich. Ich hab' ihn, ich hab' ihn mit der Rakete. Oh, my God. Was? Ja. Digga, das gibt jetzt ja auch nichts. es tut es tut es tut es tut mir sein ich bin eine banane das andere ich konnte schön 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 mit zwei freaks die müssen kommen die sind auch die sind auch nein nein ich gehe weiter und dann weiter okay leute wartet mal kurz so genau in der minute und chips so was haben wir denn auch diese komischen fnc digga diese nfl skin sieht wer da borsche als kleine fischstäbchen sieht er da ich betrei nix das ist so ein richtiger nassigen special skin fühle ich irgendwie nicht aber sonst war der halt im shop sowie gestalt also dies so geil muss ich sagen ich sage leute wir gucken jetzt noch das video zu ende und dann wenn ich den stream auch oder sechs minuten ja okay kommt die ballern sechs minuten noch leute dann beende ich den stream also sobald das video zu Ende ist nicht den stream bist du da runter gekommen da kommen jungs habt ihr ja hier bei mir weg nur einer bruder drin drin noch was das laser ding jungs 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 ja wo kann ich kein schild editiert wo kommt er her hast du das kommt Er hat sich viel platziert, aber in seiner Base-Rinne. Ja, Jürgen, was soll ich denn machen? Jawoll, Jürgen! Hebe alle Karten auf, hebe alle Karten auf und dann geht ihr wiederbeleben. Wo sind eure Karten? Da, nur noch da, ja. Digga, warum überlebe ich? Du musst schnell wiederbeleben, sonst kommen alle. Ja, mach echt schnell, hier ist Loot-Haven. Ey, Jungs. Lass den Loot da, geh jetzt schnell wieder. Ja, ich habe keine Mets. Hä? Du kannst halt nicht bauen, du kannst halt nicht bauen. Es gibt halt jetzt ein Problem. Ich habe ja eigentlich keinen Bock, dass ihr lebt, also was? Warum soll ich jetzt A drücken? Jetzt drück, Junge! Nein, vom Ding her, das ist ja dumm! Ey, Digga, die Leute sterben! Junge, ihr habt schon zwölf Kills! Drück rein, Alter, jetzt! Ey, wie viele Burger soll ich den bestellen? Warum mache ich das jetzt? Bruder, hoffe nicht noch 20! Warum mache ich das jetzt? Das ist nice, Digga, das finde ich gut. Das ist eh brüderlich. Digga, Lukas hat uns gerade die Runde gesaved, ja? Ganz stark, Lukas. Mega, danke, Jungs, super! Ey, wir danken dir! Jaja, das ist schön! Lukas, möchtest du noch 2.000 Mets mitnehmen? Wo ist meine Pump? Ey, du hast meine Pump! Ey, du hast meine Pump! Bruder, gib mal bitte Munition! Ah, ich habe kaum Muni, Digga! Ey, Bruder, kannst du mir mal einen Match oder Muni oder irgendwas? Nein, ich habe wirklich nichts, Digga, Schocki! Digga, du hast 100%! Digga, ich habe nicht viel! Digga, gib jetzt die Shotgun-Amo! Ja, Shotgun-Amo-Hobby! Bruder, ich bruch! Ja, ja, damit! Hier! Danke! Danke! Ich habe sonst kaum Muni, leider! Selbst wenn ich sie hätte! Würde ich es euch, glaube ich, nicht geben! Drei Bananen! Oh mein Gott, ist mir tot! Die gehen mit dem Boot auf mich! Nein, Junge! Doch, ich kann nichts machen! Die fahren mit dem Boot einfach alle Sachen nieder! Und Minigun! Minigun auch noch, Jungs, alles! Nein, wir kommen, wir kommen, wir kommen! Wir crashen von hinten! Ich komm! Ja, Digga, Digga, gar nichts! Drei Bananen wieder auf dem Boot! Oh, Shit! Noch ein Team! Noch ein Team! Aber ich höre, es reicht schon! Sterbt! Also, ich bin ganz entspannt, halt! Keiner tot! Ey, was? Ich hab null Met! Nee! Bruder! Einer P! Oh! Einer P! Digga! Okay! Ich kann jetzt nicht erzählen was hier aufgeht, Alter! Ich lade gerade nach! Wenn du jetzt noch mal die Rune klatschst, dann schreit! Nein, nein. Das darf nicht passieren! Ähm! okay hallo ich hatte keine märz ich drehe durch ich hab hallo ich wollte aber nicht schießen und der kopf war nicht da ich dachte der kopf ist aber noch mehr als zwölf wie viel kills haben wir insgesamt ich habe 3 9 13 kills digga das ist richtig weg wie das ist das ist echt weg das glück oder holen müssen ja das ding ist das habt ihr nicht aber ich würde sagen wir nehmen die runde trotzdem leute 13 kills das heißt 13 bürger und ich mache gerade deswegen also ich vielleicht gar keine bürger wer will die bürger haben kommt zu dir wie die kommt zu mir du isst alle 13 bürger bestellt sagt man jetzt was wollte er dann füttert das bau sicher ihr wollt gar keine bürger ich glaube ich dass du 13 ist ja ich werde auch keine 13 essen es ist okay ich habe mit mehr gerechnet ich habe mich echt schon auf 20 oder hat jeder oder hat jeder leider im endeffekt sind jetzt 13 bürger geworden und ihr seht zum hintergrund die bestellung ist schon rausgegangen ich habe jetzt einfach insgesamt 13 schicken bürger und eine pommes für den flex nebenbei leute nein aber 13 schicken bürger stellt junge diesen restaurant ich selber habe heute schon gegessen also ich habe die jetzt nicht an mich bestellt weil letztes mal die pizze leute das war mir einfach viel zu viel nie gott auch kein hunger schmock hier hätte auch kein hunger deswegen haben wir das jetzt memo geschickt der weiß aber noch gar nichts von seinem klatschillig die bürger ich glaube der rechte bürger kommen an und nicht reizen aber leute memo hat eine große familie und so das wissen wir alle hat er uns auch eben noch mal gesagt und die können jetzt alle richtig reinhauen bei dem richtigen all you can eat chicken burger benötiger deswegen ja ich bin mal gespannt wie memo reagiert der wird gleich auf jeden fall filmen wenn das ganze angekommen ist leute und ansonsten würde ich sagen leute das war's mit dem heutigen video wenn es euch gefallen hat das einen daumen nach oben da schaut gerne bei den ganzen boys vorbei bei memo bei schmocki und auch bei nico leute mega korrekt dass ihr drei heute am start gewesen sein oder würde ich sagen guten hunger an memo digga ich bin gespannt und video ab let's go die bürger sind auf jeden angekommen wie sie ich habe die stapel die sind alle in alufolie weil die wahrscheinlich nicht genug kartons haben um zehn so viele bürger krank auf jeden krass ok ja leute ich bin die zimmer an der stelle ja ich bin an der stelle jetzt raus heute letzte chance noch ein follower da zu lassen ich werde heute abend also ich werde heute abend noch mal stream leute auf jeden fall und ja leute das wird aber dann der letzte stream sein aber sozusagen nicht der letzte stream fürs wochenende freitag auf samstag süß mich ja noch samstag auf sonntag nicht eben weil ich am sonntag arbeiten gehe und sonntag abend wird aber noch mal gestreamt das heißt es ist kommen noch zwei streams so zu sagen aber es ist jetzt halt dieser letzte stream erstmal für zwischendurch so zu sagen so ein tag dazwischen so zu sagen das ist halt dafür der letzte stream so wie ich das sagen würde ja gut leute dann würde ich sagen euch noch allen heute einen schönen tag und dann ja wir sehen uns heute abend bei einem neuen stream leute und dann würde ich sagen bis heute abend zu einem neuen stream schaut auch gerne auf little polaris auf youtube vorbei leute auf meinem kanal würde mich freuen könnt euch ein paar videos ansehen auch die stream highlights werden da heute kommen da würde ich sagen euch eine gute nacht und bis zum nächsten stream leute bye